Rückenschmerzen langfristig loswerden in 15 Minuten, das ist Volkskrankheit Nummer 1. Das soll wirklich reichen, aber es kommt noch viel besser. Bleib bei diesem Video bis zum Ende und du kannst eventuell feststellen, dass es dir direkt schon besser geht. Woher kommen die meisten Rückenschmerzen? Also im unteren Bereich ganz typisch, wir sitzen einfach zu viel, ohne das auszugleichen. Und was passiert da? Wenn wir dauernd sitzen, sind wir hier gewinkelt, hier vorne wird alles kürzer und wir wollen hoch, aber das zieht uns nach vorne. Jetzt müssen die Rückenstrecke und die Gesäßmuskeln müssen dagegen ziehen. Und so entstehen unserer Erfahrung nach die meisten Rückenschmerzen im unteren Bereich. Aber dabei bleibt es ja noch nicht, weil du sitzt ja am Schreibtisch und hast die Arme immer vorne, oft in einer schlechten Haltung. Also auch hier oben wird alles kürzer und angespannter und das zieht dich nach vorne und hinten der Rücken, der muss gegenziehen und das macht die Rückenschmerzen im oberen Bereich. Und in dem Moment, in dem wir diese Spannungen, die zu hoch sind, diese Verkürzungen, ganz gezielt auflösen, kann es mit den Rückenschmerzen nur besser werden. Wir machen jetzt genau sechs Übungen, um genau die Spannungen, die ich dir erklärt habe, abzubauen, sodass die Ursache für deine Schmerzen weggenommen wird. Deswegen mach die alle mit und die Chance, dass du hinterher merkst, Mann, das ist ja viel besser, Frau, das ist ja viel besser, die sind riesig groß. Für die Übung brauchst du eine Schlaufe, eine Übungsschlaufe, ersatzweise einen Gürtel. Du brauchst unsere Medierrolle, ersatzweise 1, 2 dicke Bücher. Und auch der Rückenretter lässt sich mit Büchern wunderbar ersetzen. Für die erste Übung stelle dich bitte vor eine Wand, ungefähr 30, 14 cm Abstand. Bring deine Leisten nach vorne, zieh deinen Bauchnabel zurück, sodass du schon in eine leichte Überstreckung kommst. Und dann gehst du immer weiter in die Dehnung rein. Und dann fühlst du die Dehnung in den Leisten, vielleicht auch hinten im Rücken. Um den Rücken geht es ja. Deswegen erschrick auch nicht, wenn es im Rücken zieht, sondern halte das so, dass es sich gerade noch gut ertragen lässt, dass es gerade noch ein positiver Wohlfühlschmerz ist, dann ist alles gut. Und steige das immer mehr. Leisten schieben vor. Rumpf geht zurück. Atme dich schön rein. Aber wenn du diese Übung zum ersten Mal machst, dann übertreibst du nicht. Also sobald du denkst, das zieht ein bisschen zu sehr, bleibst du dort, warte es, bis sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat. Und falls du feststellen solltest, dass du mal zu weit reingegangen bist und es wird dir dann unangenehm, dann geh einfach wieder ein bisschen raus. Immer so einstellen, dass du dich gerade noch gut fühlst. Und jetzt bauen wir unser Krafttraining ein. Wenn du das schon kannst, wenn es noch zu neu für dich ist, dann mach erst, du sollst es ja täglich wiederholen, dann mach das erst in ein paar Tagen. drück aus dem Bauch raus mit Bauchkraft dich nach oben, als wolltest du dich aufrichten, aber mit den Händen verhinderst du das. Du spannst also praktisch dich gegen die Wand an. Und dann entspann dich wieder, gib mir den Leisten ein bisschen weiter vor. Wenn du möchtest, tanzt du auch den Kopf über Strecken nach hinten, aber auch das muss nicht am Anfang sein, das kannst du später nach ein paar Tagen noch hinzunehmen. und dann spann noch mal an. Drück so mit dem Rumpf nach oben, als wolltest du die Wand wegschieben und gehst noch mal weiter rein. Und dann kommst du ganz, ganz langsam wieder raus. Für die zweite Übung, setz dich bitte auf den Boden, nimm die Knie ungefähr in 90 Grad, also ein rechter Winkel, und schau mal, wie weit du nach vorne kommst. Vielleicht ziehst du dich hier nach vorne, vielleicht greifst du auch an deine Schienbeine, oder du kommst bis vor zu den Füßen, und dann ziehst du dich stetig weiter nach vorne. Und dann merkst du die Dehnung im unteren Rücken. Wahrscheinlich merkst du sie genau da, wo es dir auch immer wehtut. Und das ist gut, weil dann machen wir das, was da jetzt hinten verkrampft ist, das entkrampfen wir, das entspannen wir, das ziehen wir in die Länge. Wir ziehen einfach die Schmerzen aus dem Körper raus. Könnte man so sagen, ja? Als Bild. Atme schön und zieh dich immer weiter nach vorne. Und halte hinten die Dehnungsintensität immer so, dass sie gerade noch gut zu ertragen ist. Wenn du das Gefühl hast, du könntest ein bisschen weiter mit dem Gesäß zurück, den Abstand ein bisschen größer machen, dann mach das. Und geh wieder in die Dehnung rein, atme ein, im Ausatmen ein bisschen weiter. Und das Wichtigste ist, dass du die richtige Intensität immer besser fühlen kannst. Beim ersten Mal ist es vielleicht noch schwierig, aber wenn du dann ein paar Tage schon die Übung gemacht hast, das solltest du ja täglich wiederholen für ein gutes Ergebnis. Dann fällt dir das immer leichter, und du gewöhnst dich immer besser dran. Und jetzt ist Zeit für unser Krafttraining, um den Effekt zu verstärken. Zieh mal zurück mit dem Rumpf, als wolltest du dich aufrichten, halte dich aber fest. Und lass wieder locker und geh weiter nach vorne. Atme dich noch weiter nach vorne rein. Zieh mal ein bisschen mehr. Immer beim Ausatmen noch ein bisschen weiter. Und dann kommst du langsam wieder aus der Dehnungsposition raus. So, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller durch den Einsatz der Hilfsmittel, aber ich verspreche dir, der Aufwand lohnt sich. Du wirst es hinterher spüren. Wer die Schlaufe hat, der geht jetzt mit dem rechten Fuß so rein, dreht einmal und nimmt sie wieder nach hinten und nimmt sie schon so in den Daumen mit dem Gürtel auch um den Fuß legen und schon den Gürtel anfassen und dann die Rolle, beziehungsweise wenn du mit den Büchern übst, die Bücher, die legst du praktisch unter dein rechtes Knie. Und jetzt ist es wichtig, dass du mit der Leiste, mit der rechten Leiste, so dicht wie möglich zum Boden kommst und dann ziehst du immer mehr den Fuß Richtung Gesäß. Und dann merkst du eine starke Spannung im vorderen Oberschenkel. Vielleicht zieht es dir auch in den Rücken rein. Was wieder ein Hinweis darauf ist, dass du an Muskeln und Faszien arbeitest, die mit den Rückenschmerzen etwas zu tun haben. Atme dich schön rein. Geh immer weiter in die Dehnung. Aber achte total darauf, dass die rechte Leiste möglichst dicht am Boden bleibt. Einatmen, im Ausatmen ein bisschen weiterziehen. Einatmen, Ausatmen, ein bisschen weiter. Du solltest vermeiden, das mit den Händen zu machen, also mit der Hand direkt am Fuß zu greifen, weil du das meistens nur mit einer Hüftbeugung hinbekommst. Und dann ist die Übung viel, viel weniger wert. Also viel wichtiger und besser, dass das Knie etwas hoch liegt, die Leiste ganz unten ist und dann erst angefangen wird, mit dem Fuß Richtung Gesäß zu ziehen. Und auch hier kurzes Krafttraining für die, die es schon machen wollen. Ansonsten einfach erst ein paar Tagen einsetzen. Du drückst, als wolltest du dein Bein strecken, richtig fest, lässt locker und ziehst dich weiter in die Dehnung hinein. Schön wieder atmen und dann langsam lösen und normalisieren. Jetzt machen wir das gleiche links, wie auf der anderen Seite auch. Gürtel oder Schlaufe schön fassen und greifen. Bücher bereitlegen, Rolle bereitlegen, das Knie drauf platzieren, mit der Leiste zum Boden und dann erst den Fuß immer weiter Richtung Gesäß ziehen. Und auch hier merkst du direkt den starken Zug vorne im Oberschenkel in die Leiste rein oder vielleicht sogar in den Rücken. Und dann gehst du mit den Fingerspitzen am Boden immer weiter entlang. Wenn du das mit einem Arm irgendwie nicht hinbekommst, dann wäre es auch eine Alternative, dass du mit beiden Händen nach hinten greifst und dann den Gürtel ziehst. Musst du einfach mal probieren, was sich da besser anfühlt. Aber wichtig zu verstehen, nutze diese Technik, weil nach 30 Jahren, ich muss einfach so sagen jetzt, müsste ich keine bessere Übung als diese, um genau das, was die jetzt bringt, nämlich diesen bestimmten Faszienmuskelzug zu dehnen, um das zu erreichen. Immer weiter ziehen. Immer darauf achten, dass es gerade noch gut erträglich ist. Schön atmen. Und auch hier setzen wir jetzt wieder das Kraftdrehen kurz ein, wenn du schon möchtest. Wenn nicht, fang erst in ein paar Tagen damit an, wenn du dich schon an die Übung gewöhnt hast. Du versuchst, dein linkes Bein zu strecken, hältst es aber fest, dass es sich nicht bewegen kann. Dann lässt du wieder locker und ziehst den Fuß ein bisschen weiter ran. Steigerst nochmal, dass du richtig die Dehnung spüren kannst. Und dann gehst du langsam wieder raus. Jetzt holt euch bitte zwei Stühle zur Hilfe und stellt sie so, wie ich sie hier gestellt habe. Kniet euch dazwischen. Legt die Hände auf die Stuhlflächen und jetzt könnt ihr ja mit dem Rumpf ein bisschen weiter vor oder zurück gehen und stellt euch genau so ein, dass die Arme etwas über Schulterhöhe sind. Also nicht auf Schulterhöhe, sondern etwas darüber. Und dann immer weiter mit dem oberen Ende des Brustbeins nach unten durchtauchen und dann spürst du die Dehnung in der Brust rechts und links, in den Schultern, in den Oberarmen, in den Ellbogen, vielleicht sogar den Unterarm entlang bis in die Finger hinein. Genau das ist gut. Das brauchen wir für diese Übung. Und diese Übung ist speziell dafür, dass die Rückenschmerzen im oberen Bereich verschwinden, dass sie nicht mehr nötig sind. Schön atmen und zunehmend nach unten gehen. Immer schön einstellen, dass es gerade noch gut erträglich ist. Wenn du merkst, dass die Körperposition noch nicht optimal ist, dann ändere sie einfach. Das wird jeden Tag ein bisschen besser. Tiefes Einatmen, tiefes Ausatmen. Beim Ausatmen ein bisschen weiter rein in die Dehnung. Und dann drück auch mit beiden Armen, mit beiden Händen jetzt nach unten gegen den Stuhl, ohne dass der Körper sich bewegt, ohne dass der Körper hochgeht. fest gegen die Stühle drücken, locker lassen und noch ein bisschen weiter nach unten gehen. Nicht zu doll, muss ein bisschen quälen, aber es muss noch ein Wohlfühl quälen sein, sozusagen. Nochmal einatmen und ausatmen, weiter rein und langsam wieder rauskommen und ach, nimm mal wahr, wie sich das anfühlt. Und jetzt zur letzten Übung und obwohl es eine Ausruhübung mit sehr großem Effekt ist, ist die Wirksamkeit wirklich intensiv. Sehr gut geeignet für das abendliche Aufdehnen nochmal, bevor du ins Bett gehst. Du nimmst einfach den Rückenretter oder entsprechend hochgestapelte Bücher und legst dich und das ist wichtig jetzt, mit dem Kreuzbein darauf, nicht mit dem unteren Rücken drauflegen, sondern mit dem Kreuzbein legst du dich darauf und dann merkst du die Dehnung ganz schön hier auch über die Leisten hinweg. Vielleicht zieht es auch hier ein bisschen den Rücken rein. Das Tolle an der Übung ist, die ist wirklich sehr, sehr effizient und trotzdem berufst du dich aus dabei. Ja, ganz gemütlich lässt du die Schwerkraft jetzt wirken, atmest dich immer weiter rein, lässt los und wenn du merkst, du kannst ein bisschen mehr Dehnung verkraften, aber noch nicht eine höhere Höhe, dann gehst du einfach mit den Beinen ein bisschen auseinander und dann zieht es mehr und damit kannst du das wunderbar einstellen. Und auch hier haben wir ein Krafttraining und zwar versuch mal gleichzeitig den Schultergürtel und die Fersen vom Boden abzuheben. Spann mal so an, als wollten die abheben, aber kurz bevor die Füße abheben, stoppst du da, hältst nur diese Kraft und entspannst wieder und merkst, wow, jetzt fühlt es sich noch leichter an, ich kann meine Füße noch ein bisschen weiter auseinander nehmen. Atme rein, spür genau, wo du die Dehnung wahrnimmst, tief ein, tief ausatmen und loslassen. Ganz gezielt, ganz bewusst da, wo es spannend loslassen, mit den Füßen immer ein bisschen weiter auseinander gehen und dann langsam wieder normalisieren alles. So, und jetzt laufen ein paar Schritte. Fühl mal rein, bewege dich ein bisschen, ich hatte ja versprochen, dass du schon Besserung fühlen kannst. Fühlst du welches? Kann nämlich sehr, sehr gut sein. Bei diesen Übungen sind die Chancen unheimlich hoch. Und mache diese Übung aber jetzt jeden Tag, speichere das Video teils mit deiner Freundin und mit wem auch immer, damit du es schnell wieder findest und dabei bleibst.